Jetzt können Wähler schon vor den Wahlen Politikern die Meinung sagen. Das Debatometer zeichnet bei politischen Debatten Einzelmeinungen aus dem Publikum auf. Das bedeutet, während des gesamten Zeitraums kann jeder Zuseher Wertungen für die Politiker abgeben. Alles, was man braucht, ist ein Computer oder ein Smartphone mit abgeschaltetem Energiesparmodus, damit das Display während der Debatte nicht plötzlich ausgeht. Man braucht nichts herunterzuladen, sondern öffnet am besten ein Chrome-Browser-Fenster und registriert sich unter www.debatometer.de. Das muss man bei jedem Start neu machen, weil das Debatometer völlig anonym arbeitet und keinerlei Daten der Teilnehmer speichert. Man geht auf Sign-up und bekommt die Zugangsdaten, das ist ein Benutzername und ein Passwort. Diese trägt man in die vorgegebene Maske ein und drückt auf Sign-in. Das Debatometer startet mit einem Befragungsbogen. Dort gibt man Daten zur Person und zu den politischen Präferenzen vor der Debatte ein. Während der Debatte kommt man aufs Bewertungsfenster. Hier kann man ständig für jeden Teilnehmenden eine von vier Wertungen abgeben. Die Skala reicht von Doppelplus für äußerst positiv über positiv und negativ bis hin zum Doppelminus für äußerst negativ. Die Wertung richtet sich nach dem Eindruck, den eine Person gerade macht. Bewerten kann man so oft man will und wen man will. Ausgeschlossen ist nur die Moderation. Es werden keinerlei Kriterien vorgegeben, was oder wen man wie bewerten sollte. Jede Sekunde ist eine Wertung möglich und erlaubt. Die erfolgte Wertung wird auf dem Bildschirm quittiert. Ist die Debatte zu Ende, gelangt man erneut zum anonymen Befragungsbogen. Hier gibt man abschließend ein, wie sich die Wahlpräferenz durch die Debatte verändert hat. Und das war's. Durch einen Klick kommt man auf die Endauswertung der Debatte und kann genau sehen, wie Zustimmungen und Ablehnungen auf den Gesamtzeitraum verteilt sind und wer die Gewinner und die Verlierer sind.